Hallo Leute, heute zeige ich euch wieder mal ein Plugin, das ich selbst geschrieben habe. Und zwar ist es das Plugin PvP VIP. Mit diesem Plugin könnt ihr eure VIPs zum Beispiel mit einer Placeroute, also Lone Route, Rechtsklick machen, auf eine Ender-Chest zugreifen. Merkt euch jetzt mal genau, was hier in der Ender-Chest drin ist, denn das Ganze ist nämlich hier auch drin. Nehme ich mal raus. So, und mit Slick-Craft öffnet sich eine Werkbank, in der sie ganz einfach Sachen craften können. Und, ja, Permissions gibt es natürlich auch, die stehen da auch in der Beschreibung und das Ganze wird es wahrscheinlich auch noch auf der Bucket-Punkt-Bar geben, wie mein letztes Plugin-Time-Clock. Yeeeeh. Mammertag. Ja, Lone Route per Befehl, ach der Befehl, ah, ähm, gibt es nur noch per Befehl, slash Ender, kommt man auch auf die Ender-Trohe. Ja. Und, ähm, ja. Also, wenn euch noch was einfällt, was ich hier dabei machen kann, du schreibt es einfach mal in die Kommentare, oder in die Kommentare von Bucket.org. Der Link wird natürlich in der Beschreibung sein, bis dahin. Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen.